Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Wheel aus Liebe zum Film. Ja, hoch die Hände, Wochenende, Zeit für ein paar Vorbesteller-Tipps und diesmal wieder mit einer XXXXL-Ausgabe. Und deswegen starten wir auch gleich mal hier auf der Seite von Pareds Media. Hier gab es zu bestellende Rasenmähermann Limited Media Book Edition aus der Super Spooky Stories Reihe Nummer 160. Und zwar haben wir hier Cover A vor uns liegen, limitiert auf 111 Exemplare, ab dem 7. September 2021 verfügbar. Ob das Ganze jetzt nochmal reinkommt oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen, wo es alternativ vielleicht auch was zu bestellen gibt. Hier auf jeden Fall aktuell nicht möglich, nach einer Kurzgeschichte von Stephen King, unter anderem mit Pierce Brosnan. Denn die Geschichte fand ich damals okay, den Film war jetzt nicht wirklich so meins, den fand ich nicht super toll. Aber der besitzt trotzdem Kultstatus und die Spezialeffekte damals eigentlich und alles. Aber hat mir nicht wirklich getaugt, bin ich ganz ehrlich, obwohl ich ein riesen Stephen King Fan bin. Aber es gibt ja auch bessere Verfilmungen und auch schlechtere Verfilmungen seiner Romane und seiner Kurzgeschichten. Und da zur etwas schlechteren Trotz Pierce Brosnan gehört für mich, also nimmt es nicht persönlich, gehört für mich eben der Rasenmähermann. Das war jetzt nicht unbedingt der Stärkste. Dann haben wir hier noch Cover Variante B, auch ebenfalls limitiert auf 111 Exemplare. Oder ebenfalls ab dem 7. September. Dann machen wir weiter mit Mile 22, ein Action-Thriller mit Mark Wahlberg. Ich glaube, der ist erst vor zwei, drei Jahren oder so rausgekommen. Habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf den Schirm herausgebracht von Hanse Sound in drei verschiedenen Cover Varianten. Hier haben wir die Cover Variante, welche dem üblichen Kinoplakat und auch der Keepcase Variante entspricht, soweit ich mich entsinne. Und dann haben wir wieder hier ein paar gezeichnete Varianten. Ja, das finde ich jetzt nicht schlecht. Es passt ja manchmal ganz gut und manchmal weniger gut hier in dieser Reihe, meiner Meinung nach. Und das hier, das hier finde ich schon richtig gut gelungen und stylisch. Also das gefällt mir wiederum sehr gut. Ist aber wie alles immer persönlicher Geschmack hier. Das Orange passt zu meinem T-Shirt heute. Und immer subjektiv ist ganz klar. Da hat jeder andere Meinungen dazu. Aber das trifft durchaus meinen Geschmack. Kann man auch mal sagen. Dann haben wir Augen ohne Gesicht. Film kenne ich nicht. Falls ihr was dazu beisteuern könnt, gerne unten in die Kommentare rein. Hier erscheinen auch drei verschiedene Cover Varianten. Ich habe jetzt mal nur eine rausgepickt, weil es ist heute eh schon sehr, sehr viel herausgebracht von Wicked Vision Media ab dem 24. September. Und diese Cover Variante ist limitiert auf 333 Exemplare. Dann haben wir noch der Nachportier. Limited Collectors Edition. Cover A. Hier kommen auch drei oder vier verschiedene Cover Varianten raus. Ich habe mal eine rausgepickt. Hier 36,99 für ein 4K-Media-Book. Ja, ist so eigentlich im Rahmen limitiert auf 333 Exemplare. Ebenfalls verfügbar ab dem 24.09. Hier geht es um so einen alten Nazi-Offizier, der mit dieser jungen Dame ein Techtel-Mächtel hat. Aber das den anderen ein Dorn im Auge ist. Seiner Kameraden so ungefähr mal grob zusammengefasst. Dann haben wir noch hier was Nettes, was mir aufgefallen ist. Und zwar Marvel Cube-Fig Diorama. Und zwar von Deadpool. Fand ich ganz nice hier mit den Selfie-Shots und den Einhörnern. Da ist ja mal was zur Auflockerung für zwischendurch. Dann noch nicht gelistet bei Paris Media. Deswegen gehen wir hier mal weiter, um das Ganze noch mit reinzunehmen. Und zwar das Relikt. Wir befinden uns hier auf der Seite vom BMV Medien. Hier gibt es drei verschiedene Cover Varianten. Da gibt es immer eine von diesen Airbrush-Style-Cover Varianten. Und dann gibt es eben noch das Original-Kinoplakat. Hier haben wir den Hinweis ab 15. Oktober. Also etwas für den Horror-Oktober. Geil. Das Relikt ist ein ziemlich cooler Streifen, wo es um ein Ungeheuer geht, das in einem Museum sein Unwesen treibt. Und sehr spannender Film mit tollen Effekten. Und hat mir echt gut gefallen. Hier das Original-Plakat. Und kann ich jeden nur empfehlen. Da haben wir dann noch die dritte Cover-Variante. Das entspricht jetzt absolut gar nicht meinem Geschmack. Aber gut. Ist halt wie immer subjektiv. Und hier machen wir dann weiter mit 30 Days of Night. Und zwar ebenfalls in so einem Airbrush-Style. Und hier haben wir die Cover-Variante A. Höchstwahrscheinlich. Gucken wir mal drauf. Machen wir mal hier zu. Auch ab dem 15. Oktober. 32,99. Cooler Vampir-Streifen. Hat mir echt gut gefallen. Gibt auch eine Fortsetzung. Die war dann leider nicht mehr so gut. Aber der erste Teil mit Josh Hartnett war schon echt recht knackig. Und da geht es eben um das Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das spielt. Aber wenn da dann mal die Sonne untergeht, dann kommt die 30 Tage nicht mehr raus. Ihr wisst schon, was ich meine. Und genau dann wird so ein kleines Dorf da im Wintergebiet von ein paar Vampiren heimgesucht. Und zwar ein paar richtig blutrünstigen Vampiren und nicht wieder irgendwelche Romantik sonstiges Vampire. Also richtig geiler Streifen. Da geht es auch der BAA mit coolen, hat gemachten Effekten. Also das hat mir echt sehr gut gefallen, der Film. Das passt. Hier Cover-Variante C. 39,99 wahrscheinlich, weil das eine geringere Limitierung hat als die anderen beiden. Machen wir weiter mit Miami Vice. Directors Cut zum 15-jährigen Jubiläum haben wir das hier. Ja, so schaut das Ganze aus. Ein Media Book von Koch Films. Hier Koch Films exklusiv im Shop. Es gibt auch noch eine Amazon-Variante. Aber die ist leider noch nicht bestellbar. Machen wir dann, wenn das Ganze verfügbar ist. Außerdem haben wir noch Stargate, Media Book mit exklusivem Cover. Auch exklusiv im Koch Film Shop. Ich bin mir sicher, dass es dann auch wieder was in Zusammenarbeit mit Amazon geben wird. Aber auch da ist bis jetzt noch nichts spruchreif und offiziell. Und auch da machen wir das Ganze dann, wenn es offiziell gemacht wurde. Das ist der Film mit Kurt Russell und James Spader. Und zwar von Roland Emmerich. Und den habe ich immer verwechselt mit Dune. Jetzt weiß ich es meine Fresse. Aber da haben wir hier dann Stargate. Alles klar, Koch Films exklusiv. VÖ-Datum haben wir 28.10. Was hat man denn hier noch? 14.10. Also ihr merkt schon, Oktober wird echt übel. Vor allem diese ganze Media Book-Welle, die dann noch für Ende des Monats angekündigt wurde. Was wir in den letzten Ausgaben der Vorbestellertipps haben. Heiligsblechle, da geht es mal richtig ab. Also da heißt es jetzt schon mal sparen, wobei jetzt ja eigentlich Urlaub angesagt ist. Ach, dein Kreuz ist das. Am besten gleich aufhören mit dem Schwand. Na, machen wir weiter. Und zwar mit Zombie Dawn of the Dead in dieser VHS-Retro-Edition mit exklusiven Cover. Exklusiv dem Koch-Film-Shops. Das gibt es ja jetzt schon verfügbar. Wird es dann aber ab dem 14.10., also auch wieder im Oktober, bei JPC geben. Also da wird wahrscheinlich die Exklusivität aufgehoben. Wie bei vielen anderen Sachen. Die habe ich jetzt aber schon gar nicht mehr reingenommen. Das aber nur, weil der Film ja eine große Beliebtheit sich erfreut. Und weil hierzu noch ein Steelbook dann erscheinen wird. Ebenfalls im Oktober 14.10. schon zu bestellen bei JPC. Und zwar auch 4K Remastered. Und jo, machen wir weiter mit Dr. Giggles. Blu-ray und DVD im wattierten und, wie ich gelesen habe, auch geprägten Medium, äh, Medium, äh, Mediabook, über einen Typen, dessen Vater ja so ein Herzdoktor war. Und der hat das als Kind mitgenommen. Sein Vater wurde aber dann ermordet. Er ist in einer Nervenhallenanstand gelandet, kann dort aber dann fliehen. Und er öffnet eine Praxis, wo er dann eher unfreiwillig an seinen Patienten herumoperiert. So mal kurz um, äh, schlagen, um was es eigentlich geht. Ab den 9, äh, ab den 13.8. für 49,99 Euro. Das ist schon mal richtig happig vom Cover-Design. Sieht es aber schon geil aus. Und wir haben hier drei Disks, wie ich gesehen habe. Oder zumindest auf den Build-Specials. 16-seitiges Booklet mit einem Text von Dr. Kai Naumann. Soundtrack-CD ist am Start, das ist schon mal löblich. Und Sammelzertifikat mit Einzelnummerierung. Doppelseitiges Mini-Poster. 4,3-Vollbildfassung. SD nur BD. Ja, Vollbildfassung gibt es nur als Standard auf einer Blu-Ray. In der Standardoptik also keine, äh, Ding. Keine Full-HD-Fassung sozusagen. Jo, machen wir weiter mit Jeepers Creepers. Bestseller Nummer 1 in Box-Sets. Da ist jetzt das limitierte Mediabook auch bei Amazon verfügbar und zu bestellen. Der erste Teil ist auch noch HD-Remastered. Das haben wir ja zuletzt besprochen. Außerdem haben wir noch Napola, Elite für den Führer. Ein Film unter anderem mit Tom Schilling. Hier geht es um einen jungen Mann, der vielversprechender Boxer ist und sich da in dieser Elite-Schule der Nazis einschreiben möchte, um dann später zur Elite zu gehören. Dort freundet er sich mit einem anderen Jungen an, wird dann aber hier ein bisschen in den Krieg geschickt und so weiter und so fort. Ich denke mal, dass ich hier auch eine Rezension dann verfassen werde. Während wir dann mal gucken. Halt, solche Dinge darf man gar nicht zeigen hier. Bescheuert, Alter. Am Schluss schlag dich schon wieder irgendein Filter an, obwohl du da wieder nichts dafür kannst. Böses Amazon. Solche Bilder hauen sie dann wieder rein, aber wehe, ein Nippel ist zu sehen. Machen wir weiter mit Clockwork Orange. Da habe ich euch ja schon die Titans of Cult Edition vorgestellt. Die kommt im Oktober. Und zwar mit, wo ist denn das Steelbook? Ja, das Steelbook sieht man hier unten drunter. Ja, und dazu wird es aber noch ein Steelbook geben, ebenfalls in einer 4K-Variante hier zu bestellen auf Amazon. Ja, so wird das Ganze dann hier ausschauen. Ich befürchte, dass die Druckqualität auch schon ungefähr diesem Vorschau-Bild entsprechen wird. Also weiß ich nicht, ob man das unbedingt so braucht. Hätte man auch schicker machen können, meiner Meinung nach. Machen wir weiter mit dem Film Old. Ja, der neueste Streifen von, jetzt muss ich wieder ablesen, M. Night Shyamalan. Shyamalan-ma-ding-dong. Den verholt sich immer, aber ihr wisst schon, was ich meine. Den Regisseur von The Sixth Cent und auch Glass und was weiß ich nicht alles. Es hat jetzt einen neuesten Streifen drauf über eine Insel, auf der ein paar Leute sich befinden und feststellen, dass sie ultra-brutal schnell altern und dann am Ende des Tages ihr Tod bevorsteht. Sie können da nur entkommen, indem sie ein Rätsel lösen. Wie soll es denn auch anders sein? In Deutschland wurde noch kein Steelbook angekündigt, aber zumindest schon mal in England. Vielleicht haben wir ja Glück für alle Special Collectors, Sammler und das Ganze schwappt auch zu uns rüber. Jo, ab dem 31. Dezember, ich denke mal, das ist ein Platzhalter. Was haben wir hier stehen? Hier haben wir noch gar nichts dran stehen. Also auch ohne Platzhalter. Aber wird dann bestimmt bald bekannt gegeben. Dann Cash Truck, der neueste Film mit Jason Statham und dem Regisseur Guy Ritchie, haben wir hier angekündigt für den 9. Dezember in einem 4K Ultra HD Steerbook. Ziemlich geile Sache, vor allem für so Fans von Jason Statham wie mich, unter anderem auch noch mit Scott Eastwood. Hier auch bei JPC alternativ zu bestellen und auch günstiger für 37,99 Euro. Und bei Amazon nochmal, damit ihr wisst, worum es geht, die 4K Ultra HD Edition. Hier dann eben noch das Cover mit den blutverschmierten Knöcheln. Jo, also dann machen wir weiter mit Tremor 7 Movie Collection. Alle sieben Teile in einer Edition, auch keine schlechte Geschichte. Ab dem 30. Dezember für 59,99 Euro ist eigentlich jetzt schon ganz okay. Zum Start der Preis. Dann haben wir noch, ja, Anti-Live. Wieder was Neues mit Bruce Willis. Wieder was Neues aus dem Bereich Science Fiction. Unter anderem auch noch mit Thomas Jane. Ob der jetzt besser wird als Cosmic Sin? Ich wage es zu bezweifeln. Ihr könnt mir da schon mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Guckt mal hier auch wieder Oktober. Yeah Baby. Dann haben wir noch, wenn wir schon bei Yeah Baby sind, Kate Beckinsale in Jolt. Ja, Stanley Tucci haben wir hier auch noch mit am Start. Und ich glaube, Jake Courtney war noch mit drin. Ja, mein Lieblingsschauspieler. Kate Beckinsale gehört aber definitiv zu meinen Lieblingsschauspielerinnen. Und hier spielt sie so eine junge Dame, die immer ganz schnell ausrastet. Ja, das ist so eine Krankheit. Und sie bekommt dann von ihrem Therapeut so eine Art Weste, wo sie sich so Stromschläge zuführen kann, um nicht gar immer ihre Aggressivität hier am freien Lauf zu lassen und sich so ein bisschen selber ins Haun zu halten. Dann lernt sie aber einen jungen Mann kennen, eben Jake Courtney, den sie ganz gerne mag. Der wird aber umgebracht und da brennen bei ihr erst richtig alle Sicherungen durch. Und sie macht sich auf die Jagd, die Mörder zu stellen. Wird natürlich auch von der Polizei gejagt, aber sie dreht volle Kanne durch. Und ja, sehr zum Leidwesen ihrer Gegner sozusagen. Klingt richtig spannend. Die Geschichte habe ich auch voll Bock drauf. Susan Sarandon haben wir auch noch mit am Start. Also ihr seht es, es sind schon ein paar richtig gute Schauspieler, außer Jake Courtney mit dabei. Und Kate Beckinsale geht eigentlich immer und die Geschichte klingt nicht unspannend. Machen wir weiter mit Sun. Hier haben wir so eine Art Sekten-Thriller. Da geht es um eine Dame, die aus einer Sekte ausgetreten ist vor acht Jahren, da ihr Leben dann wieder versucht zu meistern. Doch plötzlich stehen dann ein paar Männer im Zimmer ihres Sohnes. Und darauf leidet er unter ein paar Wahnvorstellungen und Krankheiten. Und sie muss dann herausfinden, wie sie das Ganze abstellen kann und sich von diesen Männern, die aus der Vergangenheit zu sein scheinen, also aus dieser Sekte, befreien kann. Ab dem 24. September für 19,99 Euro verfügbar. Dann haben wir noch Green Night mit Alicia Vikander. Kander kennen wir ja aus dem neuen Tomb Raider und Sean Harris auch. Nicht aus Tomb Raider, aber so. Und hier geht es um einen Typen, der muss da rausziehen, um sich seine Vergangenheit zu stellen. Denn von ihm wird der Kopf gefordert von einem grünen Ritter eben. So mal die Kurzfassung. Und also könnte eigentlich auch was werden. Was haben wir denn hier? 9. Dezember 2021. Dann haben wir noch Booker. Wer kennt ihn nicht? Mit Richard Grieco. Ja, das ist die Spin-Off oder das Spin-Off zur Kult-Serie 21 Jump Street. Booker war ja so cool. War ja auch, glaube ich, irgendwie so der Nachfolger von Johnny Depp. Oder haben die damals sogar zusammengespielt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben. War auf jeden Fall eine echt coole Socke. Und da hat man sich dann gleich dazu entschlossen. Komm, da machen wir eine Spin-Off-Serie. Können wir noch ein bisschen mehr rausschlagen. Hab ich gemocht. Hab ich gemocht. Richard Grieco auch. Aus ihm wurde leider nichts Großartiges. Aber ich Großartiges. Von der Karriere her, Schauspielkarriere. Aber ich fand ihn eine coole Socke damals in jungen Jahren. Dann haben wir was für Musik-Fans. Nämlich noch Iron Maiden, Zen Jutsu. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das Album wird dann auch in einer Super Limited Deluxe Box erscheinen. Ab dem 3. September. 96,99 Euro. Wie man hier sehen kann, wird hier aber einiges geboten. Also das ist schon richtig cool. Und so sieht das Ganze dann zusammengefasst aus. Macht schon was her. Ist schon was Besonderes, oder? Richtig coole Sache. Und dann ist ja Wochenende. Dann gibt es bei Saturn mal wieder ein paar Weekend Deals. Allerdings haben wir hier nichts zum Thema Film. Wie ich vorhin schon mal drüber geschaut habe. Aber diverse Laptops, Computerspiele, Computerzubehör. Alles, was man eigentlich auch so gebrauchen kann. Wie auch ein bisschen Spielzeug für die großen Kinder von uns. Und Musik geht ja sowieso immer. Olaf der Flipper. Ha, ha, ha. Ist das geil. Die Schlagerplu. Piloten Blue Hawaii. Da muss ich irgendwie an Elvis denken. Hey, Beastie Boys. Cool. 5 Euro. Jo, also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Außerdem haben wir noch The Reckoning bei Amazon vergünstigt. Im Media Book. Das habe ich euch schon präsentiert. Inklusive eine Review. Falls ihr euch dafür interessiert. Links sind unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren laufen ja bei Amazon noch ein paar tolle Editionen. Exklusive Sachen hier reduziert. 3, 4, 2 TV-Serien. Dann haben wir noch Box-Sets reduziert. Hatten wir ja schon unter der Woche oder so. Falls ihr nochmal einen Blick drauf werfen wollt. Auch hier der Link unten wie zu allen anderen in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt haben wir dann noch, um den Kreis mal wieder zu Prinz Media zu schließen, wenn wir schon damit angefangen haben, gibt es auch wieder ein paar Wochenend-Deals. Und da hätten wir unter anderem Der Patriot mit Steven Seagal oder Rambo im Media Book. Und auch noch hier ein paar andere Sachen. Also da könnt ihr auch gerne mal draufklicken und euch durchwurschteln. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein mit der XXL-Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Bleibt gesund, meine Freunde. Schönes Wochenende. Auf bald. Und Servus. Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, MovieLoo, Jackie Strange, Juggle09, Der Filmflow, Stanlis Filmzimmer, Jürgen B. 1969, Ronny Kaiser, MovieRiese und Nightmare Production.